Ok und los geht's Oh je, es kann Es kann sein, dass man hier ein paar mal runterfallen wird Die Seile sind doch total Bekloppt, ey TTT Ich bin Dete Ich bin Inno Ich bin Jenny Ich versuche gerade ein Seil zu Ohne Mist Ich versuche Mono im Dunklen Ich habe immer noch Pädagogik gefunden Harry ist gleich tot Äh, nein, nein Oh nein Ok Ich habe Aussagen geschrieben Ich habe eine Waffe gesucht Eine Waffe? Ist eine Waffe gesucht? Ich finde einfach nichts Hier gerade Wo sind die ganz guten Waffen Ich finde nichts Probier nochmal Ich habe bloß diese komischen Seile Die sind Die sind richtig scheiße, ey Ruhiges Händchen haben Hier, klar Ich versuche Wir? Hallo Tobi Hallo Tobi Hallo Tobi Hallo Tobi Ich bin hier Hier noch Oh, Alter Nein, ich zerrinzt euch Ich springe mal Ah, nein Was? Tobi Tobi Schön, schön Geil Okay, Jani ist noch da Der ist Hurt Ich auch Der Taylor ist Detective Kann man den Ofen abmachen? Hallo Jani, hallo Wie verdiene ich Token als Detective? Ähm Fälle aufklären Da ist Mono Irgendwer hat auf mich geschossen, glaub ich Nee, nee Ich habe hier nur auf die Tür geschossen Wie gehe ich denn hier an? Okay, dann versuchen wir hier Oh Autsch Hier ist einfach eine Fünf auf dem Boden Eine Fünf Unter dem Balken Ich bin hier mit Mono bei der Leiche Da oben steht Gravy Was steht da mit Molf drin? Gravy Ich bin bei meiner Katze Ich bin bei meiner Katze Ja, ja Du hast eine Katze? Ja, hier hinter dem Katzenbild Ja, genau Ich versteck mich hinter der Muschi Was machst du denn mit dem Taff hier? Oh, Alter Ich bin ein Necromancer Also Jani hat ein Menschchen schon chill Alter Wee Kommen wir so ein Seil Ah Okay, Soup ist auch verletzt Nein Ist hier irgendwer nicht verletzt Irgendwer eigentlich nicht hier außer Okay, Mono ist der Einzige der nicht hier war Mono ist hier in der Küche In der Küche Äh, Sekunde ist runter Wee Der Einzige der nicht hier mitspielt ist Mono Aber Mono kann doch nicht schon wieder Ich bin halt Ich habe halt gerade Schaden bekommen Weil ich so ein Seiler runtergefallen bin Und die ganze Zeit versucht runterzuklettern Aber die Seile Ich weiß nicht wie man die Seile runterkommt hat Kann man die Leute nicht auch irgendwie hinhängen? Ja Ja Geht nicht Geht nicht Also der trau ich aber auch nicht Äh, was machst du da? Detailer als Detektor Ich habe keine Ahnung wer ist vorhin Okay, Mono ist es Das gibt's nicht Mono Schon wieder? Nein Ich dachte, dass keiner noch abhauen Das kommt Okay, sehr schön Mono ist tot Äh, aber wahrscheinlich Ja, Second Chance Der Spawn am Spawn ist da Wo ist der Spawn? Äh, bei der Küche Ist das der? Dahinten stehen wir Was ist denn das? Ist das nicht in der Küche? Er ist hier im Regal Oh, oh, oh Er ist hier im Regal Er ist hier im Regal Aber hier bin ich gerade gespawnt Äh, wo ist Mono? Du bist der denn? Dann muss er Achso Ah, da oben Ja, okay Hier oben ist er Ah, jetzt gibt's gar nichts mehr Und? Nein, ich dachte, er fliegt Wow, sehr schön, sehr schön Boah, ich bin da doof gespawnt Da lag keine Waffe Muss ich mir erstmal um die Diegel holen Und dann wurde ich dabei leider schon gesehen Ich wurde durch die Welt getötet Ja, ich auch Durch die Welt getötet Das geht? Oh, was? Tatsächlich kann man das nicht Das kann nicht wahr sein, ey Das ist echt nicht Aber so Oh, dann hat Taylor auch noch Oh, dann hat Taylor auch noch Oh, ich Hat's nicht Alter, da steht jetzt Oh, oh Gott Da steht jetzt im Tablon AP Was? Mach mal den Sprachchat aus Und man dich dann doppelt Hör auf auf Shift zu drücken Ich drück, ich drück doch gar nicht Wie ist denn das los? Bei mir ist das X Bei mir ist das X Wie komme ich denn hier runter ohne zu sterben? Enable Voices Schlimm sein Okay, das hat nicht geklappt Oh nein, 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 nein Da bist du Du, 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 du Ja, na, na, na Ja, das ist ne super Sache Aber die Map ist ja mega Tav Du willst immer noch ein Voices Ja, was ausmachen Nein, hast du nicht Lauter das Wie das klingt dann Oh Ich hab Enable Voices in this game aus Hab ich gemacht Hör auf zu reden Ja Ja, das macht alle Du doch glaub ich Vorher hast du doch nicht im Game geredet Ich hab sowieso alle stumm geschaltet Es muss irgendein Shortcut Muss es gewesen sein Jetzt Hör auf zu reden Bis du es gefunden hast Nee Also bei mir ist es immer Tasse X Ich Bei mir ist es still noch Bei mir ist es still noch Hallo Yanni Bei mir ist es auch X Hallo Yanni Bei mir ist es auch X Ich hab's gemacht, Gary Äh, Gravi Gravi was Ich bleib bei Mono Gravi So Oh Okay Gravi Redet nicht mehr Das heißt Wen seh ich jetzt Ich seh Yanni noch Der kannste Ich mag Yanni jetzt noch Bisschen zu Äh, hier ist noch Der Gary Fast totes Ja, ja, ich bin hier Hallo Der ist fast tot Ich muss mal Ja, ich bin ja Ich bin ja von dem Regal Man muss mal gucken uns Kommt man hier irgendwie nach unten Ohne zu sterben Nee, nee, nee Hier, guck mal Ich bin hier, das ist egal Wollte ich hoch Und dann bin ich runtergeplumpst Und hoch Ja, das hat er am Anfang der Runde schon gesagt Ja, ich weiß Ich geh in der Lüftungsschacht Und guck wer tot ist Wer hat denn eigentlich gerade hier gefehlt In dem großen Raum Oh, okay Das hat nicht geklappt Ja, Gravi ist tot Tavi Äh, wo durchgestorben Kannste das sehen? Ähm Teil Nee, da kann er nicht runtergefallen sein, oder? Nee, kann er nicht Wo ist er denn? Warte mal, was steht da? Äh Ein Oh Oh, Jani Jani Übrigens Tavi hör ich gar nicht mehr Hast du jetzt deinen Chat Wo ist er? Hallo? Ja Tavi, du hast deinen Voice Chat jetzt sehr leise Ist sehr leise Du musst übrigens das im Spiel Äh, im Also im Spiel den Voice Chat nicht in OBL Äh, in Discord Jetzt hörst du dich an, als wenn du unten aus dem Hof ausreden oder so Alter, darfst du nicht wahr sein Das ist ein blöde rote Bildschirm, wenn man getroffen wird von der Shotgun Meine Eingabelautstärke Oh, fuck off Mach nicht diese Mach nicht diese Besser? Ja Scheiße Ingame deinen Mikrofonpflege runter Ja Wahrscheinlich meinst du in Games so Ja Oh, hier muss man ja voll Seil Aber jetzt hört man dich übrigens nicht mehr im, ähm, ähm, ja, Voice Chat Im, ähm, ja, Voice Chat Im, ähm, ja, Voice Chat Ja Ja, super Also in dem Voice Chat Ja, ja In dem Nerfigen, in dem Nerfigen Voice Chat Was mach ich denn hier? Ich hab euch da sowieso alle stumm Alter, auf Null! Ja, jetzt, ah Warum bist du denn jetzt? Ja, jetzt wirst du besser Wieso, was ist denn mit dem Voice Chat? Der hat, äh, ich hab in-game den Voice Chat runtergedreht, ne? Und der hat mein Mikrofon komplett auf Null geregelt Oh! Ja Ja Ja, die Folge ist... Diese Seile, ey Die sind richtig kacke Na ja, die Folge ist noch in Ordnung Ist okay Ne, die Folge, genau, schon ist es, der es hört Nein, der es hört, ja Ich wollte gerade so sagen, die Folge ist bei mir dadurch jetzt abgebrochen, da ich das einstellen musste Oh, okay Boah, Alter Egal, jemand ist random Nachrichten im Chat sind Der, der ist oben Was er jetzt schreibt Oh, no SD Oh, no SD Damit würd ich sagen, ich hab ne schallgedämpfte Waffe gekauft Achso Oder ne neue Speicherkarte Mono Toll Mono ist hier hinten beim Spawn Ist das korrekt? Einfach super, Alter Wirklich Super 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 Jetzt hab ich die Folge nicht aufnehmen können Wieso? Ach, wir spielen ja noch eine Zeile Ne, weil er abgebrochen ist Oh Hätt's doch einfach wieder abdöchen können, die Aufnahme Ne, das ging ja nicht, dadurch, dass mein Mikro auf Null war Wer klebt das oben Das Bett eingestellt Hier sind 50 kleinen Pixel Mein Mie, der Wenn ich Der eigene Alter, was ist hier los, ey Ich habe Alle hier, moin Yep, yep, yep Ich hab in-game die Dings 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 Ich hab in-game das runter gedreht Okay Ja, ist wahrscheinlich noch nicht eingestellt Kann man machen Nee, ich glaub hab ich eigentlich Super Alter, ist nicht schön, dass wir alle aufeinander hocken, ne? Also der Tef ist, äh Okay Oh, Zub, Zub Boah Alter Was wird jetzt hier los? Boah, Zub hat mich fast einfach schnell Aber ich hab so einer, der kommt immer einfach genau dann rein, wenn ich raus will Ja, 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 wie du, hä? Stimmt doch gar nicht Es wäre gut, wenn ihr in-game nur euer Voice-Chat rausmacht Enable Voice-Chat ausmacht Einfach nur den Haken Weil wenn ihr das andere runterdreht Dann stellt ihr euer System-Mikro runter Ich stell da einfach gar nix um Ich drück einfach nicht Ja, ich auch nicht Ja, ich auch nicht Oh, er ist tot Gary Oh, wer ist gestorben? Alter Wie viel in den Tod steht bei mir? Was sind wir noch auf Deutsch? Okay Ja Du unschuldiger, du Du kannst es im Hauptmenü, glaub ich, machen Die Sprache, oder was? Im Hauptmenü, ja Im Hauptmenü hab ich nämlich auf Englisch Gravi, wenn du die, äh, ja Übersuch mal die Leichen Du bist im Hauptmenü Komplett im Hauptmenü Ah, ich So, Tapp ist hier Okay Janis, Mannis Ich bin bei Sup Oh, er ist wirklich Innocent gewesen Ist er dir untergefallen? Hör voll in die Tüte Schrei Gravi called a detective to the body of Gary Du bist detective Ich hab den Job erst seit kurzem, ja, mach mich nicht Lass dich Mach mich nicht Was warst du vorher, Traitor? Ne, aber ohne Mist Oh, Tavi, Alter Ja, ja Da wo ist Sup Mono? Oh, oh, oh Moin Da 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 Hier irgendwo noch ne vernünftige Waffe Meine Damen und Herren, dem Seilkünstler Tevi Alter ohne Mist diese Map ist echt belöde Wo, wo, wo Jetzt wird das Nehweden Herausforderung. Da bin ich gespannt Da ist Mono, da ist Yanni Wie komm ich da jetzt runter? Verdammt das. Verdammt verdammt Komm, also hier runter heute Moin, was willst du hier? Hallo, ja, ja. Was hier? Hier schießt man ne Runde aus Langeweile. Kommt man denn irgendwie dahin? Normalerweise bin ich jetzt nervös, wenn Gaby neben mir steht. Der Traitor hat aber auch nicht mehr lange Zeit. Da-dam. Da-dam-dam-dam. Da-dam. Die richtige Zeit. Andere Zeitzone. Ich weiß nicht, was hast du denn mit der Hand? Ja. Äh... Okay, Taylor ist tot. Oh ja, der steht ja sogar vor mir, lol. Und, wer ist es? Jani. Ich versteck mich gerade nämlich. Damit... Nichts passiert. So ne Scheiß McTen, Jani, lass mich doch! Ist er tot? Wer ist jetzt noch am Leben? Ich bin noch am Leben. Ähm... Und wer ist Traitor? Das ist ne gute Frage. Der Traitor würde das nicht sagen, ne? Ja. 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 Wie kann man denn so schlecht zielen? Boah, Jani, ey. Du hast so unterhalten. Darum nehm ich immer den Shotgun. Ich hab in der Sekunde, wo wir gewonnen haben, noch nen Abgang gemacht. Ich bin gefallen. Ja, du bist direkt vor mich gefallen. Sehr geräuschvoll, ja, ich weiß. Ich hab in der Detective-Soup. Ne, ne, Gabi war's. Ja, echt ey. Von hinten in den Rücken geschossen, ey. Ey, das war richtig. So gewartet, bis du runterkommst. Dann hab ich dir ne Melan in. Also nochmal. Diejenigen, die, äh... Also nie den In-Game-Voice runterladen. Das hat doch keine Probleme damit, außer du. Ja. Ich hab nie... Nein, das mein ich nicht. Sondern... Ja, wenn das der einzige, der darüber redet. Okay, Gabi ist bei mir. Gabi, Gabi. Ich wollte nur damit sagen, dass... Guck mal den hier denn runter jetzt. Doch, dass der auch den PC-Voice runterdreht. Das wird... Ja, das machen ja einige Spiele so. Ja, ja. Mono-State. Scheiße, warum? Okay, ich bin... Ich bin... Mono-State. Ich bin... Mono-State. Äh, ich hätte sonst gedacht, der ist es. Du denkst immer. Jani ist bei mir. Jani ist bei mir. Jani ist bei mir. Jani ist bei mir, Jani. Sekunde, kann ich den Fernseher anschießen? Schade. Kannst du das machen. Das wäre viel geiler. Also erst mal RTL gucken. Ohne Mist. Pfff. Dieses Seil ist ja voll geknackt, Alter. Die Seile sind richtig beschissen. Ja, die Seile sind. Ich bin auch noch nicht ganz oben. Ist irgendwas besser was als Mac-10? Mac-10? Was hab ich denn? Oh, ich hab auch ne Mac-10. Alter. Ich bin mit Gary unter'm Tisch. Ja. Alles klar. Dann bleibt mal unterm Tisch. Ich hab noch Homo gesagt, Leute. Homo. Homo. Der ist hier hoch. Schnell. Und das vor dem ersten Date. Jani, vorhin in der Waterworld Map, hat er einfach mal so'n Baby in den Pool versenkt. Ja. Ja. Ich dachte, wer ist das denn, Alter? Geil, dass es aussieht, wenn hier einer so'n sei. Einfach mal die Nachgeburt weggespült. Die ganze Zeit hier hochzukommen. Und ich bin... Nein! Was ist das für ne Waffe? Oh, schön. Super. Komm schon, komm schon. Nein! Das gefällt mir. Was ist das hier? Wer ist ein Detective? Ich wollte gerade sagen, du wirst gleich sterben. Boah. Gravi rennt hier alleine da hinten rum. Ja, ich hab mir ne neue Waffe geholt. Und hier ist... Fällt da Waffe oder was? Ja, hier ne Sniper. Gibt's hier überhaupt ne Shotgun? Mann! Du hast bestimmt ne Babygun. Ja. Ja. Hab ich. Ja. Hier. Hier. Ja. Greif ich die Mitte? Habe ich die Mitte getroffen? Jetzt sieht man gar nichts. Langweilig. Ist das laut? Aber richtig laut, ja. Schüsse in die Luft. Taf sieht auch gut aus auf dem Tisch. Ja, ich komm nicht mehr runter. Auf dem Tisch. Was? Ja, der ist verletzt. 6 nach 18. Das reicht, das reicht. Komm hier einfach runter. Oder spring auf den Tisch. Auf den Stuhl. Ja, meine... Oh, Alter. Ich hasse das hier, ne? Ne, ne, ne. Oh. 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 Das war genau. Ich geb mal vorsichtige 5% auf Gravi. 5% auf Gravi. 5% auf Gravi. 5% auf Gravi. Ich geb mal vorsichtige... Werden doch abgeschlossen. Ja. Ich gebe mal vorsichtige 15 auf Taylor, weil der es hört. Ja, wir sind alle hört, glaube ich. Ja, ich bin vor und runter gefallen. Ja. Ja, er ist natürlich immer hoch und runter gefallen. Der Detective könnte ja mal dieses Dings machen, äh... Aber mach ich nicht für das bisschen was du hast. Außerdem weiß ich nicht, ob der Trader ist. Oh, Tommy. Tommy ist jetzt ein wichtiger Adventure. Komm hier nicht runter. Geronimo! Boah, Alter. Leck. Okay, Gravi. Boah! Alter, Alter, da kriegt man... Kriegt man immer voll den... Leckt das bei euch auch zwischen euch? Ja. Ganz kurz mal... Ich will hier auch gerade gar nicht die Seile hochklettern oder so. Gravi, leg Gravi. Ja, Gravi. Was? Nein, ich hatte keine Heelstation. Nein, ich hatte keine Heelstation. Nein, ich hatte keine Heelstation. Ich bin doch gar kein Detektiv. Mono! Na klar, das ist die Idee. Mono! Mono! Alter! Hm? Gary, Gary? Was hast du denn noch? Hälschene? Boah! Digel! Erschieß dich da, also wir... Wodach sieht's denn aus? Danni? Okay, was... Ich hätte euch schon alle erschießen können. Ja, alle! Alle, alle! Ja! Ja! Hallo! Ich bin beim Jani. Boing, boing! Der Jani ist gleich tot, weil er unterfällt. Ja! Als ob ich hier unterfalle. Hallo Jani! Was ist er denn? Da! Oh! Oha! 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 Das sieht nicht gut aus, doch? 70% auf Gravi. 70%! 70%! Jetzt kann ich auch nicht mehr hier, du! Okay, das ist angestiegen... Das ist... Bei mir ist Gravi angestiegen auf 80%! Würde ich mal schätzen. Oh! Da geb ich 81%! Was bei euch... Was bei euch immer angesteigt hier! Mono, beschütz mich! Ich bin ganz so nett! Wo! Ja! Ja! Ja, ja! Ja! Ich hab grad ne Nachricht bekommen auf dem Handy, ich hab grad mal nachgeguckt, was so schreibt... Ich hab noch nichts gehört. Nee. Muss nämlich morgen jemandem beim Umzug helfen. Für mich ist es Gravi. Ach, gar nicht wahr, ja. Oh Mann, jetzt verpasst du mich wieder. Fuck das Vermut. Ich seh nicht, wer... Taylor. Kommt er wieder? Ja, Taylor ist wieder da. Da oben ist er. Ich hab gesagt... Ich hab gesagt, es ist Taylor. Ich hab gesagt... Ich hab gesagt... Ich hab gesagt, es ist Taylor. Eventuell hast du dich erschossen aus Versehen. Eventuell hast du mich erschossen, ja. Ach, wenigstens hab ich paar Leute... Du hast dich nicht mehr ausgehalten. Ich bin da explodiert von da hier. Ja, aber wo soll man da denn bitte schön geheim jemanden tun? Ja. Also ich hätte es so gemacht... Also ich hätte es so gemacht... Und natürlich... Ja, genau. Das hab ich... Das hab ich auch gemacht. Ja, genau. Hatte jetzt jemand eigentlich schon mal eine Shotgun hier? Nein. Gibt's die überhaupt? Ich hab eine gefunden. Alles klar. Überhaupt, nein. Ich glaub, die gibt's gar nicht. Ich bin Detective... Also ich willst nur mal sagen... Detective... Wir sind im Keller da unten, in den Rohr. Ich bin mit Gary im Wohnzimmer, ja. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Shotgun. Guck dir was Schönes. Mir ist ein Detective. Gibt's ja eigentlich eine Toilette? Habt ihr schon eine gefunden? Ja, äh... achso, ne. Ne. Toilette? Was willst du mit einer Toilette? Nein, äh... Ich hab mich gefragt, ob diese Wohnung keine Toilette hat. Also diese Wohnung hat auch keine Toilette. Geht raus. Hier pinkelst du immer ins Waschbecken rein. Ah, schön. Oder in deine Essensgerichte, wenn du die im Ofen machst. Nee. Na, alles klar. Okay. Ein Typ mit Erfahrung. Geil. Hey, man muss sich doch ein bisschen aufheitern. Ja, ja. Gary stand relativ lange gerade... Mistig. Ich bin doch so geil, wie wir alle im Kreislaufen gekauft haben. Ja, wir trauen uns alle nicht. Mono, du bist nicht schon wieder Traitor, oder? Hier gibt's doch keinen Traitor-Test, oder? Wißt du was? Ich guck jetzt nur noch draußen. Okay. Ist das eine Tür, oder ist das noch draußen? Mono... Ich guck auch noch draußen, aber ich hab... Ich hab Angst vor dir. Ich seh nur Holz. Ich bin kein Traitor. Ich hab Angst vor dir. Achso. Ich hab keine Texturen. Wer ist denn eigentlich Taylor? Wie Taylor? Jani ist hier mit einer Schatte. Wenn ich nicht mehr rede, dann ist es Jani. Okay. Oder... Egal wann. Oder Mono. Oder einer. Oder Taylor. Oder irgendwer anders. Okay, Nimi ist erschossen. Gerry ist tot. Gerry ist tot. Gerry ist tot. Oder, warte mal, runtergefallen kann auch sein. Wer ist der D-Til? Nee, da oben, oben. Ich bin wirklich... Ja. Er ist Traitor gewesen und scheinbar runtergefallen. Okay. Oh, ja, das ist natürlich... Aber Gabi hat nicht zu. Guck dir was. Nee, ich war grad im Shop. Äh, Jani ist bei mir. Aha. Er ist D-Til. Achso. Okay, okay. Ah, gut. Ich hab... Ich hab... Ich geb offen zu, ja. Ich geb offen zu, ich war im Shop. Du brauchst Spaß erschießen? Nein! Ja! Ja, natürlich. Ja, ich geb sie her, hier. Ja, schön. Brauchst du nicht. Oh nein, es gibt... Es gibt keine Spaß. Okay, gib mir deine wenigstens. Die ist schöner. Alter, wenn man hier runter... Okay. Jetzt erschließt es. Ah, ah, ah. Nein, 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 nein! Zu den! Das hat sich schmerzhaft angehört. Ja. Ich hab mir selbst nicht geklaut. Ey, jetzt hab ich den DNA-Scanner. Cool. Hey, Molo, du standst ganz schön lange rum, ja? Ja, ich hab auch nicht gehofft. Magnetus, der kann ich dich hochheben? Schade. Äh, Gravi, du darfst gerne, wenn du möchtest, haust dir diese Waffe, die... Taylor, ich hab dir eine Schotte gegeben, ne? Du willst mich jetzt nicht machen? Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, welche es ist, es gibt eine von den Pistolen, die teuerst du ab, und entweder killt dir den Traitor vor, oder du siehst dir. Warte mal, ey, ey. Könnt ihr nicht mit dem Frau Taylor? Was, was, was? Ja, das ist so... Was gab's für eine Waffe? Ich hab gerade nicht mitbekommen. Ich hab aber keine Punkte mehr. Wie süß! Mit der Waffe darfst du gerne auf mich schießen. Da war gerade... Warte, Tubby ist da in uns. Du bist mit Tubby unter Bett. Oh, bitte, ey. Da war gerade... Alter, Alter! Oha! Das war gerade... Das war gerade ein bisschen durcheinander. Was für eine Waffe gibt es? Es gibt so eine Waffe im... äh, für den Detektiv, die... Oh! Ja, aber... Hier ist noch eine Schotte. Hör damit sofort. Wenn derjenige, auf den du geschossen hast, Traitor ist. Wenn derjenige aber nicht Traitor war, dann stirbst du. Ja. Ah, das ist doof. Gute Waffe. Muss ich auch mal machen. Nächste Runde, wenn ich mal... Das ist, glaub ich, ein Diegel. Na ja, ein roten Diegel. Alter, alle aufeinander, ne? Das ist... Wie so ein Gänsemarsch, Alter. Das ist wirklich Psycho-Klassenfahrt. Klassenfahrt! 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 Ich gebe übrigens, äh, 30% auf Jani. Ich gebe... Nicht auf mich? Ja, mach den immer weg. Jani ist nämlich nicht hurt. Also, die Jard-Bombe wäre gerade richtig gut gekommen. Der ist der einzige, der noch nicht gut gefallen. Der riskiert nichts, ja. Und er ist die ganze Zeit nur noch ein Traitor. Ich hab nur noch einen Traitor. Ich glaube, Jani. Ich glaube, Jani ist es. Ich hab vor Taylor auf die Füße geschossen. Also, ich glaube, Jani ist es. Ich glaube auch, Jani. Jani hat auch eine Schotte die ganze Zeit, ne? Ja. Das ist sehr verdächtig, ja. Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Sollen wir mal Jani, äh, aus Prinzip? Aus Prinzip? Aus Prinzip? Eh, klar. Prinzip halt. Oh, Mono steht rum? Ja. Oh, Mono steht rum? Also, ich hab Zug im Auge. Ja, ich habe... Niemals... Ich hab Jani im Auge. Okay, aber Tavi kannst du mich auch noch sagen, weil das komisch unter dem Bett war die ganze Zeit eben. Nee. War komisch unter dem Bett. Nee, ich hab geguckt... Ja, nee, jetzt ist... Dann... Ich hab's doch gesagt, Jani. Loil. Nein, Taylor ist es. Nein, ich hab's am Spaß getan. Na? Los geht... Oder... Ey! Ja! Völlige Verwirrung, Jani. Wie soll man denn die Runde gewinnen, wenn man aus Spaß erschossen hat? Das war neu. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist super... Ich denk mir halt so, hey, das... Was? Ich bleib einfach mal ne Runde stehen. Kommt Jani an und rotzt mich direkt weg. Was hat... Muss ich ja... Hilft mir auch nicht. Lässt mich einfach verrecken. Was hatte ich grad... Was hatte ich nochmal gesagt? Jani ist es? 60% auf Jani. Ja, ich hab's vorher schon gekauft. Wie oft ihr das gesagt habt? Ich hab gesagt... Oh man... Alle sind's, alle sind's. Hä? Ich hab vorne so ne Traitorbombe gezündet... Unglaublich. Tut mir leid, das hat... Das hat... Harry Mark war für uns. Ich hab's aber gecallt... Ich hab's aber wirklich gecallt bei Jani. Ich wusste, er verhält sich komisch. Ja, ich auch. Deswegen wollte ich ihn ja auch erschießen. Aber ihr habt ja alle gesagt... Ihr habt ja alle gesagt... Nein. Ich hab auch gesagt, er ist es... Wenn ich jetzt sterbe, ist es Soup. Nee, ich... Ich bin hier kein... Kein Rache. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Soup. Ich bin unbewaffnet. Boah... Nein, sorry Soup. Das... Das blöde. Ja, 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 ja. Dann hab ich... Dann hab ich... Dann hab ich den... Okay, ich bin hier bei Mono. Und dann war er auch noch... Dann war der auch noch in... Oh, Taylor, Taylor. Alles, ne? Wie war du? Ich bring diese Runde keinen rum. Außer er ist... Taylor, Alter. Aber schon wieder hier alle in der Gruppe, ne? Das ist doch... Außer er ist es. Das wäre nämlich besser. Ja, das wird besser. Weil sonst rotzt man sich gegenseitig weg, obwohl immer kein Traitor ist. Weißt du? Ja, ja. Ich musste meine Fäder... Ich geh immer auf die Couch. Die... nur du! Okay, Soup ist Detekt... Wow! Hey! Wow! Wer war das? Das war ein Disco. Was? Wann hab ich angefangen? Alter! Das weiß jeder. Du hast angefangen. Hä? Wann? Mann! Ich hab's nicht mitbekommen, wenn... Wann? Ist hier noch jemand? Mann! Okay, Gary. Ja. Hier ist Taylor. Der toughe Elon. Oh nein! Gary und Soup. Dann sterben wir dann, wenn nicht jetzt... Wann? 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 Seiner Hardwick. Jani ist hurt. 20 Prozent runtergefallen. Das war mir als letztes Mal. Was denn los? Wie war das noch... Wie war das noch... Wie war das noch... Gary, warum stehst du da rum? Äh... Ich hab mir das Katzenbild angesehen. Na klar! Es gibt Katzenbild? Ja, hier oben. Wo denn? Ja, oben. Ja. Ich bin innocent. Wie gerade bei... Hä, wo seid ihr jetzt wieder? Alter! Guck mal einmal nicht an alle weg. Ich will das Katzenbild sehen. Okay, ist da. Hier ganz oben? Taylor, bist du jetzt... Wirst du ein Traitor? Oh, das ist wirklich das Katzenbild. Das bist du nicht. Das bist du nicht. Jani... Wie heißt das? Muss du? Ja. Hat man ja gerade bei Waterworld gesehen, wie das Geholz war, wo du gesagt hast, ich bin Traitor. Wo ich dann weggerotzt wollte, obwohl ich es nicht war. Oh! Alter! Boah! Vorsichtig. Okay, da ist super. Ich hätte euch schon alle wegkrozen können. Boah! Alter! Geht doch mal weg! Diesmal ist er Traitor. Ich hätte wie ein Sau... Ich hätte Gary... Alter! Wow! Ich hätte Gary... Oh, was war das? Nein! Mono! 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 Ich hab's gemacht! Ja! Du bist auch ein Traitor, Kumpel, ne? Alter! Okay, Gary... Ja, das ist schon so... Tötet er mich einfach, du! Der hat dich getroffen! Der hat dich getroffen! Ja! Er sagt Ravi! Da hab ich doch... Da stand... Da stand einer zwischen uns! Auf den hab ich die eigentlich werfen wollen! Toll, ey! Oh! Der hat da... Wo hat die dich getroffen? Da war ich so gut vorbereitet und da kommst du! Oh! Du hast die letzte Runde! Natürlich bin ich hier ganz oben! Ich komm nicht runter! Ich bin natürlich... Oh! Was sind wir denn da? Ich bin schon so in die Luft! Eieieiei! Eieieiei! Das tut mir natürlich schon dann die Gleit-Grabi! Ja, na das merk ich immer! Aber warum hängst du auch so ne Taube? Was ist denn los mit dir? Hier ist der Jani! Das ist ja noch Vorbereitungsrunde! Also wir haben... Oh Leute! Oh Leute! Was haben wir? Vorbereitungsrunde? Ich bin schon wieder Inno! Ich bin auch Innocent! Oh nein! Nein! Ich bin auch Inno! Ich bin enttäuscht! Ich bin auch Inno! Ich hätte gedacht, ich bin endlich mal Traitor! Aber ich bin Inno! Okay! Hat jemand Zug gesehen? Im Zweifel ist es Mono, oder? Gary ist Deete! Wollen wir dich schon mal präventiv informieren? Ja, ja! Gary ist Deete! Also er kann es schon mal nicht sein! Ja! Also sehr schlau! Guck mal hier! Ich weine! Ich weine! Ja! Den Gavi gebe ich vorsichtige 5%! Ja 5% ist gar nichts einfach! Warte Laat! Oh! Alter! Doch! Das ist es schon! Zum kommt hier aus dem Zimmer! Kommt da aus dem Schlafzimmer! Oh Gott! Kommt auf! Die Subfede wird weitergeführt! Oder war das los? Die Subfede! Du bist hier in der Schublade! Boah! Ich dachte! Ah! Scheiße! Okay! Hm! Jani! Kann ich nachfingen? Ich komme hier nicht raus! Ich wollte sagen, Jani, du bist lieb, ne? Ich bin lieb! Ich bin immer lieb! Ja! Ich bin auch lieb! Ich schieße dich über den Haufen! Okay! Gavi sitzt da oben! Ja, ja! Lach! Lach! Ich lach doch nicht! Alter! Hauptsache! Was? Wie? Ja! Was ist denn wieder los? Die Taylor-Fäde oder was? Was? Mono! 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 Es kann nicht sein, dass es wieder Mono ist! War das? Oh! Verklebt! Oh! Ne, ne, ne! Noch glaube ich nicht dran! Ja! Mono war's! Der andere wird mit ihm tun! Ich hab 5 Leben! Ja! Das stimmt! Ja! Wartet mal, ob er sich wieder... Siehste! Ich hab's am Anfang der Runde gecallt! Wartet mal, ob er 2nd Chance hat oder nicht! Weil... Hätte ja sein können, dass er 2nd Chance hat! Ja, wenn wir ihn sehen, dann töten wir ihn! Ja, ich wollte sagen! Wenn er wieder aufsteht, dann, ne? Töten wir ihn nochmal! Wir müssen auch übrigens immer wieder Kugeln kommen! Ah, jetzt hab ich auch die verfickte Kugeln! Oh, Taylor, Alter! Wenn ich sterbe, ist es super! Oh, Jani ist glatt! Wenn ich sterbe, ist es mal wieder, äh... Taylor ist near death! Wenn ich sterbe, bin ich irgendwo runtergefallen wahrscheinlich! Ja, das kann auch sein! Da ist Tavi! Da ist Jani! Ja! Ui! Und ich habe mir extra 24 Schaden machen lassen zu sagen! Machen lassen! Machen lassen! Vom Boden! Äh... Vom Boden, ja! Was ist das denn? Schüsse in die Luft! Mach! Bäm! 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 Genau! Äh... Was ist das denn? 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 Scheiß die Wand an! Was ist das denn? Woher kenn ich das, diesen Spruch? Was ist das denn? Woher kenn ich das nochmal? Äh, das ist hier, äh... Das ist Annegret! Ähm, äh, äh, äh... Oha! Wer war's? Wer war's? Das wär ich, Entschuldigung! Ich lebe noch! Ah! Ich lebe noch ganz aus! Alter! Echt? Aber zweimal, ne? Schön! Gewonnen hat Jani in dieser Runde! Man! Boah ey, ich bin in meinem... Äh, ich bin in dem... Äh, friendship beam gestorben, äh... Äh... Ja, second chance und direkt da wieder gespawnt und nochmal gestorben! Taylor hat minus zwei! Hirn an, der stand hinter... Der ist hinter Taylor und er stand da und hat sich hingehofft! erstmal bis zur nächsten Folge! Ich hab Angst beaten können! Ciao zum Beispiel.... Sch Prof sumanál